Und schon ist der Tag des Hackathons gekommen. Guten Morgen! Wir starten mit einer kleinen Aufwärm- und Aktivierungsphase. Wenn ihr eure Teams nicht schon vorab eingeteilt habt, so wie wir, ist es dann Zeit für die Team-Einteilung. Vielleicht möchtet ihr die Fachbereiche oder Geschlechter mischen, um möglichst diverse Teams zu schaffen. Es kann aber auch sein, dass einige Personen vielleicht gerne mit ihren Freunden und Freundinnen zusammenarbeiten möchten. Überlegt euch gut, wie das zu eurem didaktischen Konzept passt. Findet euer Hackathon hybrid oder komplett online statt? Brauchen die Teams dann natürlich auch eine Möglichkeit, wie sie untereinander kommunizieren können. Stellt dafür Videokonferenz und oder Chat-Tools zur Verfügung. Weiters muss allen Teams klar sein, wen sie wie, wofür kontaktieren können. Unsere Mentoren und Mentorinnen zum Beispiel waren über Videokonferenz erreichbar. Ein Tag ist nicht viel Zeit, deshalb wird nach der Begrüßung, dem Aufwärmen und der Team-Einteilung gleich losgelegt und an den Challenges gearbeitet. Gebt den Gruppen immer wieder kurze Impulse zu Design-Thinking-Methoden und Kreativitätstechniken, um die Teams bestmöglich beim Erarbeiten ihres bestimmten Themas voranzubringen. Einige Ideen verlinken wir euch auch im MOOC. Für Mini-Erfolgsmomente könnt ihr, je nach Zeitplan, Präsentationen von Zwischenergebnissen einbauen. Ganz wichtig für die Gruppen ist auch die Möglichkeit, immer wieder Feedback und Hilfestellungen zu bekommen. Unsere Mentoren und Mentorinnen standen dazu fachlich immer zur Seite und gingen auch aktiv auf Gruppen zu. Wenn es für eure Zielgruppe und Organisation passend ist, begleitet den Tag auch auf Social Media und postet immer wieder Fotos oder kurze Videos vom Fortschritt. Und zwischendurch ganz wichtig, einfach mal entspannen und Pause machen, um neue Energie zu tanken. Zum Beispiel am Buffet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017